Die Stadt der Riesen Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel und tauchte die steinerne Fläche in ein absurd helles Licht. Die Luftspiegelungen paarten sich mit der flirrenden Luft und tauchten dem steinernen Boden Bewegung ein, eine Lebhaftigkeit ein, die schon fast organisch war. Ulrich war auf der Suche nach einer Ausgrabungsstätte, denn ob man es glaubt oder nicht, vor etwa 10.000 Jahren haben hier in der Einöde Menschen gelebt. Freilich sah das Land damals nicht so trostlos aus wie heute. Es war grün und sprühte vor Leben. Gazellen und Flusspferde tummelten sich hier und Gras und Bäume wuchsen, soweit das Auge reichte. Heute war es jedoch anders. Das Land war öd, trostlos, kahl und unerbittlich heiß. Ulrich war mit zwei weiteren Männern unterwegs. Einer war ein Kollege, der andere ein Helfer. Er hat heute Morgen schon die dritte Flasche Wasser in sich hineingegossen, aber die Sonne brannte die Flüssigkeit fast so schnell aus seinem Körper, wie er sie trinken konnte. Das Wasser ging ihnen aus, denn heute war ein besonders heißer Tag. Sie wollten bereits kehrt machen, doch dann sahen sie etwas, das wie eine Oase aussah. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass es sich nicht um eine Fata Morgana oder eine andere Täuschung handelte, beschlossen sie, ihre Suche fortzusetzen und ihre Wasserreserven bei dem grünen Wunder wieder aufzufüllen. Doch der Weg war weit, sehr weit, sehr viel weiter, als sie angenommen hatten. Ulrich fragte sich langsam, ob es eine gute Idee gewesen sei, diesen Auftrag der Universität anzunehmen. Er war eigentlich gerne draußen in der Natur und normalerweise machten ihm auch die widrigsten Umstände nichts aus. Doch diese 51 Grad im Schatten waren einfach nur grauenhaft. Noch ahnte keiner der drei von der erstaunlichen Entdeckung, die ihnen bevorstand, als sie sich in der Oase niederließen. Das Wasser des grünen Paradieses war frisch und klar und es machte die drückende Hitze etwas erträglicher. Zudem konnten sie ihre Reserven wieder auffüllen. Laut Navi waren sie rund 300 Kilometer nördlich von Adrar. Aber das Navi war hier nicht unbedingt zuverlässig, zumindest hatte man ihnen das so gesagt. Nach einem Weilchen setzten sie ihre Suche nach menschlichen Spuren fort. Dann, sie waren kaum 300 Meter von der Oase weg, stolperte Ulrich unverhofft auf etwas. Er stolperte tatsächlich, weil ein kantiger Stein aus dem eher doch ebenen Boden ragte. Zuerst glaubte Ulrich, es sei nur ein Stein, der von der Natur auf sonderbare Weise geschliffen wurde. Doch dann erkannte er, dass dieser Stein willentlich und wissentlich geformt worden war. Sie fingen noch am selben Tag und in derselben Stunde zu graben an. Der Stein war Teil eines sich weit erstreckenden Zyklopenmauerwerks. Wie weit, das würden sie erst später erfahren. Am Abend gingen sie zurück in die Stadt und holten sich dort Arbeiter, die ihnen am nächsten Tag beim Graben helfen sollten. Es war schon eigenartig, denn eigentlich bauten die Menschen vor 10.000 Jahren noch nicht. Aber wann war diese Mauer dann entstanden? Ulrich wusste es nicht. Vielleicht war sie von einem ehrgeizigen und erbitterten Wüstenvolke mitten in der Einöde erbaut worden. Aber Ulrich hielt diese Spekulation für unrealistisch. Was merkwürdig war, war, dass die Mauer irgendwie anders war. Sie war nicht wie die Mauern der Ägypter oder der Maya. Sie war fremdartig. Die Bauklötze schienen noch ein Stückchen größer zu sein als selbst die zyklopischen Mauern der Maya. Und sie waren gröber behauen. Es waren keine nahtlos ineinander übergehenden Fugen, die auf den Millimeter genau ineinander passten und die mit viel Mühe und Schweiß übereinander gestapelt wurden. Nein, es war, um es mit einem Wort zu beschreiben, irgendwie lustlos. Auch die Begrenzung, welche die Mauer bildete, war eigenartig. Es war dem Anschein nach kein sakraler Bau mit präzise nach den Sternen gerichteten Toren und an die Mathematik angepassten Winkeln. Es war einfach eine Mauer. Als hätte sie dort irgendjemand einfach so und ohne tiefere Absicht hingestellt. Ulrich wollte es vor seinem Kollegen nicht erwähnen, aber es schien ihm, dass er was Böses die einer steinerne Wand anhaftete. Sie fanden auch Strukturen, die an rudimentäre Hütten erinnerten. Nur größer und aus den gleich grob behauenen Steinquadern. Aber was ihm am meisten zusetzte, waren die runden Holzbalken, die überall herumlagen. Sie waren groß, schienen aber nicht zu den übrigen Strukturen zu passen, denn dafür waren sie wieder zu klein. Sie waren einfach nicht groß genug, um zum Beispiel das Dach einer dieser Hütten zu überspannen. Obwohl sie nur wenige Hütten und Mauern fanden, war der Komplex riesig, alleine durch die Größe der einzelnen Elemente. Es schien fast so, als handelte es sich um ein überdimensioniertes Dorf, das aber allein durch die Wucht seiner Erscheinung die Ausmaße einer Stadt hatte. Die Ausgrabungen im steinernen Boden gingen nur langsam voran und Ulrich fragte sich, was sie hier noch absurdes finden würden. Der Tag war lang und Ulrich brauchte Schlaf. Aber er schlief nur schlecht und er hatte einen sehr merkwürdigen Traum, die Stadt betreffend. Er träumte davon, wie Menschen unter der glühenden Sonne schufteten und einen Stein nach dem anderen auftürmten und ein stetiges Grollen war im Hintergrund zu vernehmen und ein bedrohlicher Schatten schien über all dem zu liegen. Als er erwachte, fühlte er sich gar nicht gut. Die Hitze der letzten Tage machte ihn zu schaffen und er verspürte ein ständiges Ziehen in seinem Kopf. Doch am Morgen fanden sie etwas, das an einen steinernen Faustkeil erinnerte. Das Objekt war aber tatsächlich einen Meter im Durchmesser. Ulrich konnte sich keinen Reim darauf machen und tat das Objekt als ein von der Natur bizarr geformtes Stück Stein ab. Ulrich unterhielt sich noch eine Weile mit seinem Kollegen über den Fund, aber auch er deutete an, dass es sich wohl um ein natürliches Objekt handeln müsse. Es war gegen Mittag, als sie eine andere Eigenartigkeit fanden. Ein grob behauenes und grotesk verdrehtes Holzkreuz. Einer der Einheimischen sah das Kreuz und sagte ihn schlecht im Englisch Böser Geist! Ulrich war das Ganze auch ein wenig unheimlich, zumal er sich nicht erklären konnte, wofür das Stück Holz gemacht war, welchem Zweck es diente. Aber er war weit davon entfernt, sich dem absurden Aberglauben der hier lebenden Bevölkerung hinzugeben. Sein bereits erwähnter Kollege Schmidt sah das ähnlich, auch er wollte nichts von Geistern wissen. Einige Einheimische verließen den Grabungsort noch am selben Tag, auch jener, der das mit dem Geist erwähnte. Dann ging Abend, die Sonne stand bereits tief und tauchte alles in ein rotes Licht, fanden sie die ersten Knochen. Es waren gewöhnliche Menschenknochen von normaler Größe und Stärke. Nichts an ihnen war besonders, außer der ungewöhnlich hohen Anzahl an Brüchen und dem Umständen, dass sie scheinbar nicht bestattet wurden. Ulrich schloss auf ein bestialisches Gemetzel und auf einen Gegner, der seinem Feind nicht die Genugtuung der letzten Ruhe gewährte. Nur eines war seltsam. Normalerweise trägt man selbst nach einem solchen Blutbad die Körper zusammen und wirft sie in ein Loch, damit sie nicht zu stinken anfangen. Das war hier aber seltsamerweise nicht geschehen. Die Knochen lagen wild durcheinander, wie weggeworfen oder ausgespuckt. Und auffällig oft fehlten Unterarmknochen oder die Knochen anderer Extremitäten, so wie Scherdelknochen. Es sah so aus, als hätte man die Körper, nachdem man sie zu Tode geprügelt hatte, zerstückelt und teilweise zerstreut. Man hatte aber scheinbar nur einige der Knochen verstreut. Der Großteil der Skelette war noch mehr oder weniger in einem Stück. Es wirkte so, als hätten die Angreifer nach einer Weile die Lust daran verloren, die Körperteile zu verstreuen. Das andere Seltsame an diesem Ort war das Fehlen von Werkzeugen. Zwar wurden zwei Bögen und ein Sperr gefunden, aber es gab keine Faustkeile, Tonvasen oder Münzen. Es gab auch keine Feuerstellen. Und je mehr Ulrich darüber nachdachte, je plausibler erschien ihm das mit dem bösen Geist. Erschte hier vor langer Zeit tatsächlich etwas Unnatürliches und Böses? Und was genau war diesem Menschen widerfahren? Die Bruchstellen waren keine einfachen Brüche. Sie waren regelrecht zersplittert. Man musste mit immenser Gewalt immer wieder auf die gleiche Stelle des Knochens geschlagen haben. Und wer hatte all die Werkzeuge mitgenommen? Ulrich ging mit seinen Befürchtungen zu Schmidt, aber dieser lachte ihn nur aus und meinte, dass Menschen eben grausam sein können. Seine Theorie war, dass die Angreifer die Stadt restlos auslöschen wollten und jede Spur von den Bewohnern tilgen wollten und dass eben nur das Zyklopmauerwerk aufgrund seiner gewaltigen Größe dem Versuch der kompletten Auslöschung widerstand. Ulrich war mit der Idee zufrieden gewesen. Bis auf eines. Die Feuerstellen. Absurd große Brandflächen fanden sich in den Hütten. Sie hatten die Ausdehnung eines kleinen Raumes. Man konnte diese Scheithaufen wohl kaum als Feuerstelle bezeichnen. Und dennoch erinnerten sie auf eine unheimliche Weise an Orte, die einst die gewaltigen Hütten erwärmt haben mochten. Ulrich dachte sich, dass es wohl am besten wäre, sich ein wenig auszuruhen. Er hatte noch immer Kopfweh. Der Nachmittag plätscherte dahin und dann kam Schmidt. So etwas Aufregendes habe ich noch nie gesehen, sagte Schmidt und versuchte Ulrich aus dem Bett zu ziehen. Was ist los? sagte Ulrich ein wenig verträumt. Das musst du mit eigenen Augen sehen, sagte Schmidt und zog weiter an Ulrich. Ja, schon gut, ich komme ja, sagte Ulrich. Das glaubst du mir nie, was wir gefunden haben, sagte Schmidt, während sie sich auf die Fundstelle zu bewegen. Das Objekt schien sich in einer Mulde zu befinden. So viel konnte Ulrich schon erkennen. Sie steuerten auf die Mulde zu, um die sich mehrere Arbeiter gescharrt hatten. Als sich Ulrich und Schmidt weiternäherten, konnten sie hören, wie einige der Arbeiter murmeln. Böser Geist, Böser Geist, wiederholten sie fast mantraartig diese Worte. Was Ulrich als nächstes sah, ließ ihm den Atem stocken. Es war das wohl erstaunlichste Artefakt, das er jemals gesehen hatte und überstieg an Wert sogar noch die Totenmaske des Tutankhamun. Es war so erstaunlich und in seiner Dimension gleichzeitig so bizarr, dass er das Gefühl nicht los wurde, dass hier in dieser Stadt etwas ganz und gar nicht stimmte. Es war ein Juwel von unglaublicher und außergewöhnlicher Schönheit. Der riesenhaftes Maragd war fast so groß wie ein Säugling und dabei war er noch nicht einmal vollständig freigelegt. Er war in Gold gefasst und schimmerte in einem dunklen, tiefen Grün. Doch er steckte im Stein der Wüste fest. Schmidt erklärte begeistert, dass er das Juwel persönlich freilegen würde, damit ihm bei der Ausgabung kein Schaden entstehe. Ulrich war überhaupt nicht begeistert. Er war entsetzt. Steine dieser Größe, er war zwar kein Geologe oder Mineraloge, aber Steine dieser Größe, Edelsteine von solcher Dimension, sollte es überhaupt nicht geben. Ulrich wich instinktiv einen Schritt von dieser Absurdität zurück. Etwas riet ihm, es wäre besser, mit dieser ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Er entschuldigte sich bei Schmidt und sagte, dass er sich zurückziehen würde, da er einen gewaltigen Druck in den Schläfen spürte. Er log über seinen Kopfweh, aber ihm war alles recht, um so schnell wie möglich von diesem Ort wegzukommen. Ulrich beschloss seine Abreise für den nächsten Tag. Zu anormal waren die Ereignisse der jüngsten Zeit für seinen Geschmack. Doch am nächsten Morgen packte ihn ein seltsames Fieber. Er musste den Stein noch einmal sehen und seine Schönheit bewundern. Er musste noch einmal in das tiefe Grün des Juwels schauen. Er musste den Smaragd noch ein letztes Mal begutachten. Er musste noch einmal die erstaunliche Ornamentik des Goldes sehen, wie es über das Dunkelgrün verlief. Schmidt war bereits an der Ausgabungsstelle und arbeitete vorsichtig mit einem Pinsel und einem kleinen Meißel den Stein heraus. Als Schmidt Ulrich bemerkte, sagte er, schau mal, und deutete auf ein in die goldene Ornamentik, welche den Stein säumte, eingearbeitetes Zeichen. Es war das arabische Zeichen für Dschinn. Schmidt war ein ordentliches Stück weitergekommen und hatte das, in was der Stein gefasst war, freigelegt. Es sah aus wie ein riesiges Lederpolster. Ulrich fragte sich, wie ein solches Zeichen so weit in den Westen von Afrika gewandert war, als der Stein seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ganz verliebt starrte Ulrich in das dunkle Juwel, als der Boden zu zittern begann. Ulrich wich einen Schritt zurück, dann noch einen, und dann noch einen. Plötzlich erhob sich ein riesiges Gesicht aus dem Stein und, in seine Stirn eingelassen, war das dunkle Juwel. Schlagartig wurde Ulrich klar, was er schon die ganze Zeit befürchtet hatte. Die Stadt wurde von Riesenwesen erbaut. Der Stein brach auf und eine riesenhafte Hand schnappte sich ein an der Arbeiter. Sie war so groß, dass sie dessen ganzen Körper umschloss. Das riesige Gesicht schnitt indessen eine groteske Grimasse und schaute auf den Arbeiter herab. Schmidt war indessen durch die Wucht des emporstrebenden Gesichts zu Boden geworfen worden. Das gewaltige, von Juwelern besetzte Wesen lag noch immer zum größten Teil in seinem steinernen Bett. Er hatte eine überaus hässliche Fratze mit stumpfen, zum Teil braungefärbten Zähnen und seine Haut war zerfurcht wie gegerbtes Leder. Die Juwelen, die es trug, konnten seine Hässigkeit nicht verbergen. Schwere, goldene Ringe hingen von der Hand, die den Arbeiter gepackt hatte. Die Ringe waren so viele an der Zahl, dass sie bis hinauf zum Ellenbogen reichten. Und auch sie waren mit gewaltigen und wunderschönen Edelsteinen besetzt. Jetzt führte das Wesen den Arbeiter zu seinem Mund und stopfte ihn hinein. Ein Schrei ging durch die Menge der Arbeiter, als der Riese seine Augen verdrehte und zu kauen begann. Auch Ulrich schrie auf. Dann packte es noch einen Arbeiter. Er hatte direkt neben Ulrich gestanden. Aber anstatt den zweiten Arbeiter sofort zu seinem Mund zu führen, versuchte das Wesen seinen zweiten Arm aus dem Stein zu befreien. Schmidt stand wie paralysiert von dem Gesicht des entsetzlichen Riesen und hörte nicht auf zu schreien. Ulrich war nur einer von drei der insgesamt 15 Leute, die so geistesgegenwärtig waren, zu rennen. Während er rannte, hörte er das Knacken, Brechen und Splittern von Knochen. Er schaute nicht zurück. Nicht ein einziges Mal. Und irgendwie entkam er dem fremdartigen Wesen. Ulrich alarmierte später die Behörden und bemühte sich bei dem Telefonat, nicht wahnsinnig zu wirken. Ulrich wusste nicht, was seltsamer war. Dass die Behörden nicht sofort auflegen und sich seine Geschichte anhörten? Oder dass er nie wieder etwas von dem Wesen oder der Stadt hörte? Oder dass er nicht nur weiß, glücklich sagt.